Er hat es gegeben direkt eigene Kuppler, die haben geschaut, dass die zwei zusammenkommen. Das hat es geheißen, der kriegt ein Kuppelbett. Wenn er es zusammenbringt, dass die zwei zusammenkommen, dann fühle ich bis heiraten auch nicht. Früher sind ja mehr Kinder überall gewesen. Die Buben schauen müssen, dass sie nicht überhaupt kriegen, dass sie einen Anfang haben bei einer Wirtschaft oder irgendetwas. Kein Ding hat es ja nicht gegeben, dass die was gern gehabt hätten in einem Beruf oder was, die Bauern und Buben. Als wir Buben waren, sind auch ins Tagwerk gegangen, dass sie eine Zubesserung gehabt haben und geschaut, dass sie wo heiraten können. Das war keine schöne Zeit. Und die Mahlen sind früher nach Wien gefahren in den Dienst, dass sie Arbeit gehabt haben. So haben wir Dienstmahl. Dann haben viele weggezogen. Weil sie dort keine Zukunft gesehen haben. So haben wir es ja nicht ganz. Wo kommen Sie dort? Ganzebarbien. Und dann sind wir wieder mit dem Betten. Aber wir haben noch nicht. Wenn es noch nicht mehr hat. Wenn es noch nicht mehr. Nein, wo denn? Ja, wir müssen noch nicht mehr.